Welche Vorwürfe wurden dort gemacht? Auf alles werden wir eingehen. Und ja, Philipp, wie hast du das denn insgesamt wahrgenommen? Einfach mal aus persönlicher Sicht. Also, ich meine, das Ganze hatte sich ja schon in gewisser Weise abgezeichnet. Wir hatten in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, haben gesagt, Leute, da wird was kommen, mit Sicherheit. Warum ist das so? Ich hatte vor ein paar Wochen Besuch, damals noch wirklich jungfräulich, also ich selbst im Umgang mit der klassischen Presse, kam ein netter Herr rein, bat mich um ein Gespräch, Zeitung lassen wir jetzt mal aus. Auf jeden Fall ein großes deutsches Medienhaus, legte sein Diktilgerät auf den Tisch und fing dann halt an. Und so nach 10, 15 Minuten habe ich schon gemerkt, es geht in eine komische Richtung. Super krass Framing-Fragen, die er immer wieder neu wiederholt, immer wieder die Frage nachbohren. Und dann war es halt plötzlich aus mit, sage ich mal, dem freundlichen, lockeren Gespräch.